Die Linke ist eine Mitmachpartei für Menschen, die die Politik selbst gestalten wollen. Ja, linksaktiv, finde ich, ist ein großartiges Konzept, was für mich dazu geführt hat, dass ich wirklich hier vor Ort aktiv sein kann. Es gibt Leute, die kommen auch von uns zu, aber es gibt Leute, man merkt das schon an ihrem Verhalten, die wollen angesprochen werden, und wenn wir angesprochen werden, dann sind sie auch bereit, mit uns etwas zu machen. Können wir das dann hochschieben? Ja. Die Linke fordert das Sozialticket jetzt, und zwar gerade hier in Gerhard. Hier leben sehr viele Menschen, alte Leute, die nicht mehr so viel Geld zum Leben haben. Hier leben sehr viele junge Familien mit vielen Kindern. Hier leben Hartz-IV-Empfänger. Hier ist es notwendig, genau hier an dieser Stelle. Die sind informierter über uns. Bestimmte Vorstellungen, die im Kopf waren, die sind nicht mehr da. Man diskutiert mit uns, die kommen zu uns direkt mit Problemen, sprechen uns an. Also das hat sich schon ganz schön bemerkbar gemacht, dass wir hier immer mit unserem Material vor Ort sind. Der Aktivierungswahlkampf ist eine Möglichkeit, Strukturen zu schaffen, wo Leute sich einbringen können, wo Leute Ideen einbringen können und wo Leute dann einfach auch mal was machen können und sich nicht nur irgendwo hinsetzen und zuhören müssen, sondern direkt Leute ansprechen können und dann hier solche Aktionen mit auf die Beine stellen können. Wir, die Linke, machen hier eine Aktion, um für die armen Millionäre zu sammeln, die jetzt in der Krise um Staatshilfe betteln. Wir sagen, wir stellen es an ihre Seite und sammeln mit. Wir sammeln für die armen, armen Millionäre, die jetzt nicht einen noch auslösen. Über die Aktion linksaktiv habe ich gemerkt, dass ich eben mich auch einbringen kann, wie man bei solchen Aktionen und nach außen treten kann. Und das macht mir sehr viel Spaß, eben nicht nur in der Partei zu sein, sondern auch aktiv zu sein. Und ja, linksaktiv ist da einfach eine gute Möglichkeit, um solche Aktionen durchzuführen. Und das macht wirklich richtig Spaß. Also wir arbeiten ganz konkret hier mit dem Linksaktiv-Flyer. Wir sprechen halt ganz offensiv Leute an, gehen direkt auf sie zu und fragen, kannst du dir vorstellen, die Linke im Wahlkampf zu unterstützen, auch wenn du selber kein Mitglied bist. Und die Leute können das auch bei uns gleich hier vor Ort ausfüllen, können natürlich hier klar einerseits ihre Adresse eintragen. Aber hier gibt es dann halt eben auch das Feld und da wird es dann eigentlich auch spannend. Meine Ideen, also wo wir halt eben auch das Anliegen der Leute herauskriegen wollen. Also was wäre dir politisch wichtig, was findest du, ist jetzt wichtig, gerade auch zu Zeiten des Wahlkampfes. Was irgendwie berücksichtigt werden muss, was thematisiert werden muss. Linksaktiv ist natürlich nicht das erste Aktivierungskonzept in einem Wahlkampf. Wir beziehen uns sehr auf die Kampagne von Obama in Amerika. Ich selber komme auch aus den USA, habe damals auch bei Obama Wahlkampf gemacht. Es war das erste Mal, wo eine Partei versucht hat, nicht nur den üblichen Wahlkampf zu machen, sondern auch gezielt vor Ort Sympathisanten und Anhänger zu aktivieren und zu ermächtigen und rein in die Politik zu bringen. Bis jetzt haben schon weit über 3000 Menschen sich bei uns gemeldet, um sich aktiv am Wahlkampf der Linken zu beteiligen. Und darunter immer mehr und mehr Nicht-Parteimitglieder. Aber natürlich geht erst jetzt die heiße Phase des Wahlkampfes los und wir wollen bis zum Wahltag immer mehr Druck machen. Und deshalb müssen wir noch viel mehr werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.